Es sind Raben im Feld. Der kleine Stinker sieht Raben. Und man sieht davon ein Fahrrad. Und was macht er, wenn ein Fahrrad kommt? Er kommt zurück. Schau dir das an. Ja, genau. Ui, da kommt noch ein Fahrrad. Drum kommt er näher. Ja, Leute, das bringt man den Hunden bei. Wenn Fahrräder kommen, kommst du zurück. Ja, auch die Oldies. Okay. Und es kommt die Freigabe. Da darf er gerne weg. Spazieren kann so entspannt sein. Wenn der Hund weiß, was er zu tun hat.